so freunde ja ich vermute mal der strv im gegnerischen team benutzt verbotene mods und zwar aus folgendem grund ich gehe hier in den busch zum spotten auf highway schmeißt diese laterne um bin nicht auf meine lampe leuchtet nicht mehr achtung ich bin nicht auf meine lampe nicht nicht an das gesehen durch zehntausend gebüsche und alles einschluss hier nochmal wie kann der typ mich zweimal treffen ohne dass ich einmal auf war wo ich komplett im busch bin meine lampe nicht angeht hier dieser strv vom von diesem clan hier meine vermutung